Wir sind ein Familienunternehmen im Herzen von Innsbruck. Uns gibt es schon seit 1934 und ich führe die Zentralapotheke in vierter Generation. Einer unserer Spezialitäten ist ein selbstgemachtes Buschgel, das wir aus biologischen und nachhaltigen Produkten hier in der Arnistrasse herstellen. Die Spezialität der Zentralapotheke ist, dass wir unsere Kunden einfach gut beraten und uns um sie bemühen. Untertitelung des ZDF, 2020